dann dann so 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 nicht mal das anders und zwar möchte das folgendermaßen ich baue das wird dann nicht mein zimmer das da hinten sondern das wird dann sozusagen für kurze zeit mein keller solange ich mir noch einen unten brauchen werde der ich werde das jetzt nicht so schnell machen ich will das schon dass es gut aussieht und wenn ich das gemacht habe dann wird es dann lager lager um sein genau nein definitiv nicht es gibt es noch nicht so ein kleiner trick wirkt zwar nicht wirklich viel aber trotzdem trick ist trick so dann wollte ich hier noch mal die kurze parolen so ich hab extra drei blöcke nach oben gebaut denn wenn es nur zwei sind dann ist es ziemlich eng und ich mag es dann dann finde ich mich so eingeengt und das mag ich nicht mach mal die musik hier weg ist ja nicht mehr zu ertragen jetzt überlege ich mir noch mal was für innen wie ich das so dekorieren kann was ist eigentlich für ein lied man es sollen schöne wiederkommen und nicht solche komischen nein 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 ja das geht das lasse ich gerne durchgehen so jetzt bin ich die ganze ganze im kreis gelaufen das wollte ich nicht futter brauche ich auch noch später ne machen wir hier auf normal ja so den mob spawner wollte ich zerstören falls er noch nicht zerstört ist das weiß ich gar nicht mal geschwind nach und ich glaube er nicht oder doch doch auch der war verstört da unten war ich schon oder gucke ich mal hier ein bisschen nach und dann noch was ist erscheint nichts zu sein so dann gehe ich mal haus ich will keinen stress mit nachbarn 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 Prozent zombie nachbarn schloch aber nachbarn ist nach halte die Kühe lieben ein Haus zu die sind sich nicht antonnen